Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und habe ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ganz schnell die Runde vergessen, die ihr nicht gesehen habt. Von daher ist es vollkommen peinlich. Also es gibt wenige Runden, die ich wirklich nicht raushaue. Wo man halt da ein bisschen salty wird oder so, aber das ist halt unverständlich von daher. Aber gut, reden wir nicht darüber. Wir reden darüber, dass diese Runde besser wird. Erst recht mit der Fähigkeit Traktor. Trigger. Nicht Trigger. Trigger beim Mies. Ne, man... Die bewegt sich nicht so viel. Das klingt falsch. Tut mir leid. Carol. Carol ist ein Opfer. Carol ist mein Opfer, jetzt. Carol bewegt mich mal. Ich glaube, sie einfach hinterher. Ach so, die Navigation habe ich ja gemacht. During Left Game, es ist 22 Uhr. Da haben wir wohl nicht aufgepasst, mein Freund. Ich glaube, sie hat zwei Elektriker. Das ist halt nur für mich, wenn er eine Sicherheit hat. Ja, wenn... ...eine von so einem Camps. Und wenn er ein Impostor wäre. Das wäre natürlich schwierig. Okay. Carol steht da. Macht ihr ihre Tars oder Tools zumindest so. Ich war fast fertig mit seinem Sales. Wie gesagt, hast du auch um 22 Uhr sehr gelacht? Was habe ich um 22 Uhr? Hast du um 22 Uhr auch sehr gelacht? Wo Daron ausgeflogen ist, Mensch. Ach so, ja, ja, ich habe... Ja, klar. Ach so. Ja, natürlich. Krass, oh, shit. Ich dachte, ich ging bei Daron, dass der immer um 22 Uhr... Naja, seine Eltern haben ihm eine Sperre reingehauen. Mami und Papi sagen, nein. Genau, gleich kommt der Frenchman wieder. Da wird es mir lustig. Oh, ja. Ja, also, ich habe Anilus unten bei den unteren Blättern wegbringen in Storage. Äh, nicht ganz unten, so mittel, so Drive-By mäßig. Aber Kerbel in der Nähe. Okay. Annika kann ich, glaube ich, raus... Also, Annika kann ich sicher rausnehmen. Und Keksi kann ich ziemlich sicher rausnehmen. Ich sagte nur, dass du Storage warst. Ja, ich war Storage nach Electrical. Da waren ein paar mehrere, am Ende nur noch Sky. Der ist dann auch raus. Mhm. So. Ich möchte gerne mal Thiri fragen, was das war. Ja. Warum bist du so komisch rumgetanzt, mir hinterhergerannt? Hast du gewickelt vor der Kamera? Die will dich. Das glaube ich auch. Ich wollte vor der Kamera tanzen. So ein Problem. Mhm. Nein. Ich wollte meiner Kreativität bei den Lauf lassen und tanzen. Oh, mhm, mhm. Thiri, ich suche noch eine Tänzerin für den 11. Äh, 9. Ja, ja, brauche ich eine Stripperin. Also, wenn du... Ich könnte jetzt noch mehr Details erzählen, was er gestern Abend erzählte. Das weiß ich ja nicht. Thiri, du hast so eine hübsche Stimme. Aber Thiri weiß das noch nicht. Vielleicht überlegt sich das da vorher noch mal. Ich habe ihm auch verlaufen, er darf Brüste anfassen. Und schon geht es mir wieder gut mit meiner Laune. Ach, es geht mal. Ey, warum votet ihr nicht schneller? Also, das ist ja wo kein... Also, gerade eben ging es auch schnell. Was ist das mit los mit euch? Oh mein Gott, Margie. Margie, warum sagt das das Karel ist oder Karel ist ja mal... Nee, Karel war nur in Storage. Das habe ich ja nie kennengelernt. Okay. Du hast mich auch in Storage gesehen, als wir in Brüste. Ja, aber das ist schon lange her. Deswegen weiß ich nicht, wo du in Brüste. Ja, 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 aber das ist ja schon. Ich bin nicht gerade eben durchgerannt. Du bist nicht in Storage durchgerannt, du hast deine... Du kannst immer mich wählen, Sky, weil das ist immer der Play. Okay. Give me a'n. Direkt mal gemacht. Ich weiß ja, dass er nicht fliegt, aber ich gebe es auch hin. Aber ich habe eigentlich keine mehr. Thierry, ich habe keine Antwort bekommen. Kommt nicht, schade. Jo. Oh, die 1-10-Tusk. Ja, das ist ja ein bisschen Salz muss jetzt gerade noch raus. Von daher ist das okay für mich. Ja, ja, ja. Electrical. Keine Ahnung, wieder also... Weiß ein Kehl nur, ne? Nur Ende ist wieder. Auch wieder. Ja, gut, ein Zweck und Vergangen, wo er gestorben ist, glaube ich, hat es wieder. Das ist okay. Medical, glaube ich auch. Ich glaube, ich gerne auch machen, glaube ich. Shiny wahrscheinlich Security Guard. Ich fahre auch Camp so nice und erst recht bei Skate. Es hält mich jetzt schon wieder ab, an die Camp zu gehen, weil es immer dieses Switch ist und kann es halt die ganze Zeit auf... Auf dem ganzen mit schon die vier Dinge zu erinnern, ne? Ist natürlich gut, dass du halt mehr Sichtfeld hast, klar. Aber so einen groben und ganzen... Hmm... Nervt es mich persönlich. Aber ist ja geschmacksam. So wie vieles. So wie dem Null ausbringt. Das macht man auch nicht gerne. Na, cool. Hätte ich sie mal getrackt, ne? Das ist halt, dass wir den hoch 70% haben, aber ja, fast immer damit bei ist. Was ist das denn? Oh. Kommt hier jemand? Nein. Das blickt sie da raus. Oh je. Jetzt? Die habe ich doch schon gemacht. Hä? Okay. Oh, die. Na, jetzt. Selber. Ein toter Marschi. Ein toter Marschi. Ist besser als ein rausgeboteter Marschi. Könnte es vielleicht sein, dass Duren sogar ein Imposter war oder so, weil er rausgeflogen ist und es nur ein Kill gefallen ist? Oh. Denk ich auch, irgendwie. Könnte es sein. Ein toter Marschi, wo? Ein toter Marschi in O2. Oh. Okay. Ich war ganz weit weg. Dann fällt meine Theorie weg, gut. Dann ist Carol raus. Tiri ist auch raus. Weil die waren alle links. Also die 12.000 People, die gerade in Security waren, können wir bald, glaube ich, alle rausnehmen. Ja. Du kamst für mich gerade aus einer komischen Richtung, weil du warst gerade noch in Security. Ich habe meine Engine oben ausgerichtet und du kamst auf einmal von Richtung Mad Bay. Also wer war denn, wer war denn dann jetzt links? Ich bin erst vorbeigelaufen an dem Engine-Ding und habe dann gesehen, dass ich die Task auch habe, als du dann nebenstandst und dann habe ich abgedreht. Du bist ja direkt hinter mir aus Security wieder raus. Könnt ihr mal bitte die Frage beantworten, wer alles links war? Ich, Carol, Min, Shani und Tiri und Tiri. Und Trixi hat reported, dann kann es nämlich nur noch Annika sein, weil ich stehe nämlich an Admin. Ja, ich bin in Weapons. Also ich habe gar nichts mit euch zu tun. Ja, und Marci liegt noch zu. Also ich bin durch Weapons-Kampp durch. Ja, ich bin aber von oben gekommen und das haben alle gesehen, die in den Camp standen. Das stimmt. Von wo bist du gekommen? Von Mad Bay. Da habe ich nämlich mein Reagenz-Lasrat rausgeholt. Und mein letzter Task habe ich jetzt in Weapons. Aber ihr könnt mich gerne rauswohnen. Aber ist halt die Frage, wie lange liegt der da schon? Das wissen wir halt nicht, oder? Ja, das stimmt. Könnte vielleicht sogar ein Bait-Kill gewesen sein? Nein. Glaubt nicht. Nein. Okay. Nein. Hoffen Sie nicht. Äh, Tiri war auch bei euch, oder wie? Keine Ahnung. Ja, Tiri war auch drüben. Ja, Tiri hat Carol beobachtet an den Camps und als Carol dann raus wollte, hat es Tiri hinterhergelaufen. Okay. Weil ich hatte nämlich ganz kurz das Verdacht gehabt, dass es vielleicht Tiri sein könnte. Aber, ja, gut. Das kann nicht. Fahr werden. Für die beiden. Sie wurde sich selber. Annika fand Shani und Trixi. Na gut, Trixi ist raufgesprungen, okay. Warum Shani? Hm. Interessante. So, ich bin... Ich habe meine Tasse sogar noch vor Annika. Sie soll mir noch was erzählen, dass ich meine Tasse nicht schnell mache. Ey, doch. Das hat sie denn noch. Interessante. Also, wie gesagt, Ewe Gesser ist wieder drin. Ob Mindest jetzt darauf geachtet hat, dass Sky diesen Ton... Nein, nein. Also, wenn Ewe Gesser... Gese, wäre ich draufgekommen? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich schon, ne? Von daher... Trixi ist generell ein langsamer Killer, aber für die Runde passt es total. Ja, dass halt, äh... Wenn du einen langsamen Kompagnon dabei hast, weil das einfach... Hat sie bei dir? Hm. Ich fülle gerade meinen Benzinbehälter auf. In Stourage. Stourage. Gerade mit Simon Sass anfangen. Simon Sass? Simon Sass. Simon Sass. Ja, also... Liegt in... Wo liegt sie? In Admin liegt sie. Oh. Dann ist Tiri auch raus, weil Tiri war jetzt in Comms. Und ich habe gerade meinen... Partendingsbumster gemacht und bin rüber und dann lag sie. Dann... Wo war der Rest jetzt? Weil ich weiß, dass es gelogen ist. Wer hat gelogen? Trixi. Gut, dann baut mir jetzt Trixi. Weil ich in... Weil ich in Admin rein bin und gesehen habe, wie die Leiche umgefallen ist. Und sie hat da einen Self-Report gemacht. Nein. Sky, ich habe aber mal eine Frage an dich. Ja. Frage. Warum warst du dir eigentlich so sicher, dass Mashi kein Bait ist? Wann wollte ich dir nach der Runde, ja? Kannst mir denken, anhand... Ja, wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich... Denkst du jetzt gerade darüber nach, dass du Sky gässt? Oder? Ich... Nicht. Kann ich ja nicht. Gilt mein Vote noch? Dann vote ich nämlich vorher, bevor ich rausfliege. Nee, ich glaube nicht. Ah, okay. Also, ja... Also, wenn... Nicht Trixi, ne? Hätte er das nicht gesehen. Wäre das, glaube ich, auch mal gewesen. Gut, dass sie gewordet haben. Hm. Also, ich bin ja nicht parteiisch, aber ich hätte schon... Da hätte ich Frage... Ob jetzt Minn... Weil ich für den Kill raus... An meine Person... Ähm... Also, das wäre halt so mein Gedanke gewesen... Wenn ich Impostor wäre. Wahrscheinlich ist er zu langsam in den Tarsen. Ja, und das... Jetzt hat es so Schnelligkeit. Ähm... Da war ein 2 Grad lower Entity. Pass ich selber wahrscheinlich. Gewinnt sie? 60 Sekunden. Ja. 13 wird schwierig mit eingeben. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Sieg. Schon lange nicht mehr gehabt, ne? Also... GG? GG? Ach, warum bleibst du denn in den anderen Camps? Das weiß ich nicht. Das habe ich mich dann selber gefragt. Wofür bin ich da lang gelaufen? Das machst du aber jedes Mal. Nein! Nicht jedes Mal gelaufen. Creech! 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 Hast du Creech nicht gefunden? Das war es auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt. Wetten, killen und in der Schnitzeln. Bis dann!